Willkommen zurück zu Borderlands 1 mit Roland alias Schnorrer und Fuba Alias... Keine Ahnung... Millis Genau Moinsen So... Jetzt wird abgeschlachtet Also wir BAM in your face Brenner Brenner Achso... Treffen müsste man auch schon Hihihi 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 Du bist'n Hexe... Ich wusste schon immer Ach ja und hier ist oben von Kalkutta... Claptrap Wart'n... Kalkutta... Einen kaputt haben... Oh nein, irgendwo so'n kleiner Wicht Irgendwo kommt der Tani Rand Das heißt... So'n böser... Kaputtmach... Zwerg oder... Da steht da noch... Ah der ne ist... Shotgun... Oh fuck... Guck mal krieg ich die Fässer ab ey... Ne da kommt jetzt was an der Luft Ja ja... Oh... Oh... War das denn richtig? Krass... Auch ja... Ich bin durchgelaufen dann kriegen die Schock Schaden glaube ich Nice... Das sah echt cool aus... Und wenn ich's loslasse... Grip kommt vorher Schaden glaube ich noch dazu... Durch das Attacke... Und... Aber... Das ist bei mir relativ leise was die selber labern... Und... 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 Hallo... Ich wollte den so füllen ey... Easy going... Ist dir... Alles kaputt machst du mir... Oh... Hinter dir... Ja ja... Der hat mich... Oh shit... Hab ihn... Der Dach... Ja... Was grünes... Das ist großartig... Aber die haben so wenig Schaden alle... Das ist okay... Ich muss mal kurz gucken was meine... Meine Ball hat 28 Schaden... Okay... Aber wahrscheinlich haben die denn mehr Schuss drin oder? Hm... 36... Ja... Bisschen mehr... Dumm... 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 Jetzt brauch ich kein... Medikit... Jawohl... Und was schießt da wieder? Nein... Das ist der Clap Trip... Oh... Ich hab ein Ländchen... Oder? Ja... Ja... Den kommen wir noch hin... Ja... Hier vorne siehst du ihn durch den Zaun... Ist ja... Cool... Achso... Hier oben geht das weiter... Schild... Ah... Es geht mir schon besser... Hä? Was war denn... Warum war das jetzt so orange? Keine Ahnung... Irgendwie war es rot... Irgendwie war es rot... Hm... Das ist sehr komisch... Sehr komisch... Oh... Ganz großer... Oh... Oh... Noch einer... Leck mich fett... Ah... 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 Oh Gott... Ich komm hier nicht raus... Ah... 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 Okay... Warte... Hast du keine Granaten? Easy... Aber jetzt... Achso... Ich wollt grad sagen... Jetzt fehlt er mich... Wollte ich grad sagen... Aber... Hat er ja... Durch deinen Schutz... Ich hab gar keine Granaten mehr jetzt... Nimm das auf... Was soll ich aufnehmen? Oh... Das ist Medi-Kit... Oh oh... Na toll... Was hab ich gemacht? Weiß ich nicht... Hundert welche? Nee... Noch nicht... Hier Granaten... Granaten-Mutzer... So... So... Jetzt müssen wir das Reparatur-Kit finden... Den... Das war hier oben... Ach hier ist er jetzt... Claptrip... Den kann man noch anladen... Ja... Ja... Er hat eine Queste gegeben... Achso... Ich bin grad am überlegen... Wo das war... Na... Müssen wir hier wieder zurück oder was? Ja... Ja... Ich glaube... Ja hier ist so ne Tür glaube... Oder? Ah... Ich hab's jetzt... Ich will bloß mal... Gucken wie... Man da hochkommt... Ah... Doch... Ich weiß gar nicht wo du bist... Du bist schon einmal rumgelaufen... Nee... Wieder zurück... Hoch... Ja sag ich doch... Einmal zurück... Ach toll... Hätten wir ja durchrennen können... Verdammt... Okay... Wir sind hier... So... Jetzt haben wir das Kit... Und dann öffnet er uns noch Raum... Und dann ist da... Achso... Das war die Tür... Wo ich grad stand... Wo... Benutzen stand, ne? Kann sein, ja... Ja hier vorne rechts kommt gleich so ne Tür... Ich glaub der macht die hier auch... Aber ich bin mir nicht mehr sicher... Hier die hier hinten hier... Hier kannst du benutzen machen... Wo denn? Hier... Da... Ja das kann sein dass die es ist... Und links da kommt dann gleich der Boss oder was? Da wo ich fast schon reingelaufen wär... 42er... Nice... So... Ja ja... Hatte ich ja auch... Muss nur noch ausrüsten... Na ja... Kann's auch eh halten... Da macht das automatisch... So... Und jetzt haben wir mal ein gratis Upgrade bekommen... Ach das geht erst ab Level... 16... Was haben wir bekommen... Gratis... Speichardeck... Ah cool... Müssen wir das noch aktivieren? Äh... Ich glaube nicht... Doch... Ich will das noch nicht sein... Loll... Eine Pistole... Für zwei Mann... Wie ist das? Und wo aktivier ich das? Ach so... Ein Inventar... Upgrades... Inventar Upgrade... Hä? Und wofür war das? Also die... Da hast du mehr Platz jetzt im Rucksack... ach so ich kann mehr waffen jetzt tragen aber ich dachte ich habe jetzt noch ein waffenslot mehr und was ist das hier bei ausrüstung da ganz rechts unten noch mit diesen reparatur mannikiken ich habe da jetzt ein shield die den granaten mod und da drunter ist noch was siehst du das stimmt ja ja kann ich gerade echt gar nicht sagen wird sie die waffe nicht haben welche waffe so ist fertig mit deiner hier bin ich hingegangen dann kam hier dieser komische ton hier passiert doch jetzt noch was böses oder hab ich mich erschrocken ich auch alter falter ich hoffe ich überlebe das ich kann dich hier durch heilen ich wollte gerade sagen ich kann durch die wand heilen jetzt wo ich los schieße rennt er weg was machst du denn da es ist auf die fähenden hp ich wollte den easy diese kleinen bastarde alter hier kann man doch eben auch runter ist da noch was oh ja das ist eine kiste das ergibt wohl hä hier krasser scheiß also brauche ich nicht runter kommen ich dachte hier kam jetzt schon der boss aber die kleinen viecher habe ich mich voll erschrocken ich bin eine fette prinzessin bitte ich bin der einzige schwule im dorf für beute ist immer platz ok es nebocker und 18 beziehungsfahrt das angekündigt keine snapper das ist ja das ist ne normale das ist ne normale oder ich mehr freu ich nicht so ich hoffe wieder granaten ich bin kohle oh oh ich gebe sie was ist hier was los hier unter der treppe ist noch ja ja da kommen wir doch irgendwie noch hin ich überleg gerade da oben waffenkisting hier ist verwaffnung du kannst mir gleich wieder äh 93 und 98 ich hab äh mit elementarschaft 148 hm dann nehme ich das 98 und wie komme ich da hoch hier rüber ja ich bin gerade gesprungen und bin runtergefallen Poliziere die aus reichen Waffen abgefäuert werden können beim Aufbau explodieren und massiven Schaden anrichten ich bin noch runtergefallen du bist hier auf der wie hier 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 da ich wollte den schweren weg gehen aber das ist ja hier immer geduckt das ist immer doof so was macht das effektiv gegen Brand und nee hm hm vielleicht schieß sich das geiler wiss man ja nicht warum rennst du wieder weg weil der Gegner einstrickert na weil mein Schild weg ist bäm so da drinnen geht's zur sache dann wo drinnen bei dir wie ging das dann mal zu der Truhe irgendwie hinter dem unter dem unter der treppe da war ich doch schon das war munitionskiste ja da einfach hinten der andere bündnis schon da war es dann wollen ich war wechsel noch kurz die waffe oder nämlich jetzt wird's böse sagst ja richtig böse also dass ein ganz großer mit dabei bringt denn da brand schaden das weiß ich gar nicht möchte raketen werfe das wies ich nicht mehr so ich probiere einfach mal ein bisschen aus aber ich könnte ja mal die hier gegen die stadt aber wies doch baby also habe ich ja schon are you ready for some bullshit los auf gehts oder ist er schon da geht er denn höf doch mal hoch und wie häng ich hier fest ich häng hier und wie in der ecke fest ich muss gerade die ganzen minimes hier schulden ist das meine pistole hier die da so ein krach macht jetzt brauche ich keinen arzt mehr was ist nur ich sehe das immer nicht weil da oben die schrift steht mit den sachen die wir aufheben ein 70er pistolen schaden gerade auf die summit meine macht hier 21 das war diese blaue da mit den elementarschaden mehr projekti schauen würde man sagen hä wo passiert hier was hier war noch schlüssel drin und wir sind der kammer einen schritt näher gekommen ich glaube an dich wenigstens einer das war ja die quest dass wir im mentor schlösser und der hing hier so jetzt kriegen wir aber gleich wieder besuch könnten wir mal nächsten folgen machen ja gut tschüss tschüss spitze bedanke mich tschüss